Mein Name ist Markus Fitt und ich bin Vorstandsprecher bei Donner & Röschel. Wir arbeiten uns auf unser 225-jähriges Jubiläum im nächsten Jahr hin und freuen uns, dass wir erfahren sind, ob Werten basieren, aber auch sehr zukunftsorientiert sind und uns mit den Themen beschäftigen, die morgen übermorgen sind. Und das haben wir heute auch vor. Wir stehen definitiv innerhalb, mittendrin eigentlich in disruptiven Zeiten, erleben massive Veränderungen und es geht darum, grüne und digitale Transformationen zu verbinden. Nichts ist schwarz-weiß. Die Inflation ist da und sie ist nicht da, um gleich wieder zu gehen. Ich glaube, damit muss man sich einfach zurechtfinden und damit muss man auch rechnen. Für den Konsumenten gibt es leider nicht so viele Auswegmöglichkeiten, für den Anleger sehr wohl schon. Was brauchen wir eigentlich, um uns in einem solchen Zukunftsbild, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, zurechtzufinden? Und die Zauberkraft, die uns hier ermöglicht voranzukommen, scheint mir der Begriff des Lernens zu sein.